ja moin und willkommen zurück auf meinem kanal zu einem weiteren kurzen apex legend store update video wie versprochen möchte ich euch jetzt diesmal zum zweiten mal daran erinnern dass wir vom aktuellen event neue skins im store haben wen das interessiert kann sich die jetzt immer noch für 1800 kaufen ich gehe es kurz mit euch durch einfach zur erinnerung wir haben einmal den gibraltar skin den ich sehr sehr geil finde den mirage skin haben wir hier einmal dann haben wir den bloodhound skin den auch jeder kennt r99 den skin finde ich auch ultra ultra geil und natürlich er 45 darf nicht fehlen das ist auch mega schöner skin das war soweit vom store an sich ach so wie lange habt ihr jetzt eigentlich zeit ihr habt jetzt aktuell noch zwei tage und zehn stunden zeit am sonntag ändert sich quasi der store wieder sonntagabend dann und ganz wichtige info für alle die wissen wir nicht das nächste mal stream ich streame jetzt nach dem video sofort ich wollte eigentlich apex legend streamen aber spontan ist die alpha von call of duty schon einen knappen tag vorher online deswegen starte ich jetzt eine call of duty ein call of duty alpha stream den ich eigentlich erst am sonntag machen wollte aber da es spontan jetzt schon geht mache ich jetzt ein c und d stream ich hoffe einige von euch schalten da gleich ein bis gleich oder bis später schönes wochenende schau